Die Bühne steht für die besten Athleten der Welt und wir sind zuversichtlich, dass wir hervorragende Spiele erleben werden. Es sind noch ein paar Dinge zu erledigen, aber wir stehen in Kontakt mit dem Organisationskomitee und sind optimistisch, dass die Probleme in den kommenden Tagen gelöst werden. Natürlich sind da immer ein paar Kleinigkeiten, aber auch gestern haben wir uns den Olympiapark angesehen und dahinter steckt wirklich großartige Arbeit.